Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, nein ich vertue mich nicht Neo, Battlefield 4 auf Shiner Rising Drachenpass. Wir haben es schon ein bisschen angezockt und ja, jetzt zocken wir es und let's playen es. Wir haben uns entschieden, warte, in Team zu spielen, also so richtig militärisch, so richtig real, oh Gott der hat mich erschossen, bitte. Drück mal auf meine Wunde und nicht auf meinen Penis. Mit mir spielen heute Blue Vault, Neonatore und Sneakers. Du hast keinen Penis, Junge. Und für geiles Let's Play, bitte. Das war's dann, ich lade das hoch, Junge, ich lade das hoch und dann froh. Okay, mach bitte. Und somit verabschieden uns auch schon von diesen geilen Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Wörter mit den Spaß. Alter, das wird unsere, wir haben unsere besten Woten, ey, wirklich. Und bis zum nächsten Mal. Wollt ihr noch grüßen. Haben wir so viele bei, ciao. Tschau. 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 Tschau.